Was geht ab bei euch Freunde der Terrafox hier gesinnt, von der heute wieder ein kleines Testvideo, diesmal im Singleplayer, bis es nicht so hektisch ist, also ich habe mein Pferd liegen gelassen, ich äh, ja das ist wieder so, halt wegen dem Noise Cancelling, also ich habe das hier so eingestellt, Rauschgate, äh, DW, ich weiß nicht was die einzelnen Variablen alle bedeuten und so, deswegen teste ich das jetzt mal an. Wahrscheinlich kann man das Rauschen immer noch hören, aber nur wenn ich spreche, außer wenn ich eine Taste drücke, wird aufgenommen, was ich konnte auch mal sehen, das ist, das ist gar nicht so laut wie ein Lüfter und trotzdem wird es aufgenommen anscheinend. Ja, okay, äh. Ja, wahrscheinlich kommt ein bisschen Rauschen durch, wenn ich eine Taste drücke, jetzt mal wenn ich eine Taste drücke, dann hört ihr das Rauschen. Deswegen stelle ich das jetzt mal wieder ein bisschen anders ein. Gehen wir mal auf 10, weiß ich nicht was ich deuten soll, deswegen also stelle ich es auf 19. So, jetzt schauen wir mal, jetzt habe ich das Versehen hier weggeklickt. Filter. Hier so, damit ich das auch sehen kann auf dem Video, was ich eingestellt habe. Okay, die Ammo klaufe ich hier gerade mit dem GTA, der hat zu viel GTA gespielt. Da sind Passanten alle umhauen. Test, test. Okay, ich klopfe jetzt mal mit den Fingern auf die Tasten und dann sehe ich, dass es nach oben schmelt. Aber wenn ich nichts sage oder so, dann scheint das Rauschen nicht aufgenommen werden zu sein. Test, test. 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 so wird das aufgenommen wenn ich eine taste wow ich lasse das gebiet was passiert wenn es auf 10 läuft werden wir dann ne viel sind aus der karte ok ich teste noch mal was aus das geben wir mal runter auf 8 runter auf 2 der Textzeit kann und was ich halten soll werden immer noch meine Tasten aufgezeichnet wenn ich an den Tastit drücke die Schafe hinweg reiten und ihr Schaf springt auch ok das wären 5 Minuten das war hier ok das war kein Aufregungsnetzplay ich weiß aber das ist mir jetzt ein Testvideo damit ihr auch nicht wisst wie weit ich das mit dem Noise Cancelling oder Rauschen zu drücken hinbekommen habe ich muss das Rauschen fixen ich will dafür zu sehen bleibt gesund es war schon 5 Minuten die ich jetzt getestet habe so schauen müssen wir nachher an danke zusehen bleibt gesund jemand da um nächstes mal